athenskilling erhöhter schaden hypurions attacke zum rennen neuer zorn der titanen bewegung eines prometors also den nächsten den nächsten level 13.500 moment hier ist nix hier ist nix okay gut dann müssen wir wohl mit den flügeln ok ich dachte schon rätseln dafür sind es halt nur ich glaube das sind nur die kleinen granat fischer oder die frage ist jetzt warte mal wie geht es denn so schön kann man die verschlägen kann man nicht zerhauen oder kann man so viel dagegen werfen nicht gezielt doch 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 das geht alles klar dachte ich mir schon komm her komm nur her alter alter Komm schon Naja, der zielt immer automatisch auf die anderen Fliegen Das ist halt Scheiße irgendwie Die Frage ist ja Ich glaube nicht, dass ich das unbedingt machen muss Nur es wäre, glaube ich Ja, besser für mich, damit es nicht so nervig ist Wieso ist das jetzt nicht kaputt gegangen? Geht doch Ich glaube, ich versuche es trotzdem mal alles kaputt zu machen Wieso? Das verstehe ich schon wieder nicht Komm doch her Stirb Kack ab, Fido Alter, der knallt gegen die Kante Deswegen, jetzt aber Schön So, jetzt noch den letzten Damit wir nicht mehr gestört werden Ja Ah, wir mussten das sogar machen Okay, gut zu wissen Gut zu wissen So, rüber mit dir, Kratos Ja Ja, 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 ja So, die Kisten nehmen Ich glaube, ich kann dann hier die Kann ich die Hunde einschlagen? Nee Nee Nee, oder? Komm, das schaffst du doch Du kleiner Wurst, Harry Ey, das schafft er natürlich nicht Okay Gut, dann nochmal bitte Nochmal das Ganze, Kratos So Moment mal Das stinkt irgendwas nicht Hä Warte mal Warte mal Ich muss, glaube ich, doch von da oben Irgendwas abschießen, oder? Kann das sein? Kann das Ist das die Möglichkeit schon wieder hier? Oder so So, einfach so Bin ich blöd, ja Also manchmal Kann man echt nur den Schüttel Über mich köpfen, weißt du? Ja, ich glaube, das war Kronos Doch, doch, doch Da, schon wieder Ich bin so blöd, ey Ohne Witz Ich bin so blöd Einfach nur Lalalala So Warte mal Hier geht's bestimmt Normal weiter Aber hier kann ich bestimmt noch was holen Gehen wir mal kurz nach oben Ja Zwei Kisten Super Was ist das denn? Urne des Prometheus Während des Bonusspiels aktivieren Um eine Spezialfähigkeit zu erlangen Okay Schade Ich hätte jetzt lieber so ein Gorgon Auge gefunden Weil, ja Ich glaube, dass ich das nochmal durchzocke Für 150 Euro könnt ihr denn meine God of War Collection haben Mit Autografen Ein Spaß Ich mache einfach ein mieses Gewinnspiel Ah, ich finde das immer so lustig, ja Gewinnspiel und alles Ach ja Mit euch will ich nichts zu tun haben Ne, ich bin was Bessereres als euch Geh weg Ah, jetzt sind wir doch wieder Ja, genau Oh Gott Ja, bitte, 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 bitte Lass mich hier raus, ey Moment, hier sind jetzt heiße Dämpfe Warte, ich muss die durch einfach Äh, ich habe Schiss Ich habe Schiss, mich jetzt fallen zu lassen Doch, hier geht's Äh, die Frage ist Ja, ich speichere mal Ich glaube, ich beende aber jetzt den Part Und ich mache einfach mal ein bisschen weiter Da, seht ihr 27. Oktober I don't know, was für eine Zeit Egal Ähm Ja Ich glaube, ich pendle mich mal so auf 20 Minuten ein Pro Part Mal sehen Wir schauen einfach mal Ich will echt hier raus Das, das, dieser Abschnitt gefällt mir gar nicht Optisch nicht und so weiter Erinnert mich zu sehr bei Call of War 1 An diesen, äh Ah, wie hieß es nochmal An den Hardest Der war auch nicht so mein Ding Ich will lieber wieder an die Oberfläche Wait, 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 wait a moment Zack 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 Alter, was erlauben du Was erlauben ich Du uns Alter Willst du mich verscheißen Hey, was Alter, was geht mit dem denn ab Hast ich diese Leute? Gibt es gar nicht Mein Gott Nerven diese Gegner Ohne mal Meine neue Attacke Stimmt Hallo Hallo Geht's noch? Greif ihn doch mal Was ist denn hier los, Alter? Boah Hammer Supergeile Attacke Gut, dass es gar nicht nervt Gut, dass es gar nicht nervt Ich hasse diese Gegner Ich stirb einfach nur Scheiß Drecksvieh Alter Boah Wie ich solche Sachen hasse Glaubt ihr das? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen Ich diese Situation hasse Das kann man sich gar nicht vorstellen Das ist wohl das Das ist wohl der schlimmste Scheiß, den man machen kann Irgendwas an einem Rad drehen Weißt du? Ich drehe auch gleich am Rad Und dann Ja, trotzdem 4 Milliarden Gegner wieder Das werden die auch nicht weniger Jetzt kommen sie gleich wieder Glaube ich, oder? Drehen Drehen Schneller Drehen Schneller Drehen Schneller Drehen Schneller Das ist geil Mit dem Lichtspiel da hinten Schnell, Junge Nummer 1 Ja, jetzt Das ist eine sichere Bank Ja, ich kann ja fliegen Was ne Kacke Was ne Kacke Wirklich, ey Bitte raus hier Ganz schnell raus hier Das macht mir Das macht mir wirklich Keinen Spaß Dieser Abschnitt Also was heißt Überhaupt kein Spaß Aber Ja, ich will einfach An die Oberfläche Ich hab nämlich den Eindruck Sobald man Irgendwo unten ist Oder sowas Irgendem hart ist Oder in Was weiß ich Wo sind wir überhaupt hier gerade Ich weiß es ja gar nicht mehr Ja, sobald man irgendwie da unten ist Wird's alles Irgendwie so triss Und optisch auch Optisch gefällt's mir einfach In erster Linie nicht Ja Egal Ich denke, wir sind gleich draußen Äh Jetzt, Alter Okay, jetzt Jetzt haben wir es Jetzt haben wir es Okay, ruhig, ruhig, ruhig Schon beeindruckend Können wir kurz mal So einen Ausblick String nochmal ganz schnell was Ah, die Musik ist auch wunderschön Wunderschön Okay, Moment 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 Also auf jeden Fall Ah, okay Seht's schon Der Den anderen da drunter Hallo, Kratos Nein, 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 nein Was ist da denn los Was ist da denn los Schieb ihn mit deinem Body da weg Schieb ihn genau Schieb ihn Schieb ihn, du Sohn Oh Gott Hoffentlich geht das gut Boah, wir werden jetzt Kracht herunter Gleich Boah Ich hätte es erwartet Bei meinem Glück manchmal Wäre das gar nicht so Unwahrscheinlich gewesen Was ist das denn Tor zur Hölle Oder wie Was ist das denn los? Nein! Rüber! Rüber! Schnell! Nein! Kratos! No! No, no, Kratos. Please, please, please. Don't make this shit with me. Ah, fuck. So ist, glaube ich, ganz gut. Spring rüber! Du kleine Sau, du. Alter! Mach keinen Scheiß. Kommt hier auch irgendwas runter? Ah, ich trau den Braten irgendwie nicht. Das war klar. Das war so klar, dass da irgendwas kommt. Ah! 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 Na komm schon.